Falls die Leute alles in einem Video sehen, könnt ihr mal kurz erklären, was jetzt Sache ist? Das würde man gerne erklären. Aber wir können es nicht, weil eine Überraschungsveranstaltung stattfindet, die der Busse im Vorfeld für uns geplant hat. Wir wissen also gar nichts. Wir haben Training, Essen, Rückfahrt erledigt und machen uns jetzt auf den Weg zur geheimen Destination. So ist es. Wo es jetzt hingeht, nein, kein Schimmer. Tja. Das stimmt. Habt ihr eine Vermutung? Um was für eine Aktivität es sich handeln könnte? Na ja, dem Dress kurze Folge wären wir jetzt nicht mal auf den Ball gehen oder so. Weil du gesagt hast so, na ja, eigentlich kann nichts passieren und so. Richtig, genau. Und ich hab dann so die ganzen Brücken gesehen, ich war jetzt so gedacht, wir machen jetzt so Bungee Jumping oder sowas. Aber das macht man ja am allermeisten Angst, diese Aussage so, eigentlich sollte nichts passieren können. Also es ist schon theoretisch von Tod bis Körperteile verlieren. Das ist doch Bungee Jumping. Wäre schon was. Das trifft doch jede Autofahrt mit dir zu. Wie bitte? Also nichts Neues. Schauen wir mal. Lasst uns überraschen. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Wo sind wir? Keine Ahnung. Was könnte das theoretisch sein? Texas. Dallas. Downtown Dallas. Das schon, aber was wir hier machen, keine Ahnung. Nach wie vor. Wo gibt's denn hier? Das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da sind wir. Wo auch immer. Ich glaube jetzt habe ich es. Michi hat es gecheckt. Was auch immer jetzt kommt, ich würde das Auto gut abschließen. Wenn ich mich hier so umschau. Die Gegend ist nicht so weit. Axt schmeißen oder was? Was man in der Axt schmeißen? Ahnung. Was ich was sagen? Was was ich jetzt hier für mich? Ich kann mich nicht sagen, zu mir. Ich habe euch die Axt. Ich schau dir wie die Axt. Ich zeige dir alle Sorgen und alle Nichts und alles. Wir machen 45 Minuten Trollen, aber ich gebe ihnen eine Stunde. Wir bezahlen. Es ist 29 Euro ab. Wir servieren Alkohol. Du kannst Essen in deinen Essen, wenn du willst. Kannst du uns wo wir sind? Bad Axt-Trollen. Dallas, Texas. Die Nase vorne haben von euch rein. Ganz klar ich. Siehst du das auch für mich hin? Ich favorisiere einen Tim. Keine Ahnung, der Tim hat das 100 Burs schon gemacht. Der tut jetzt wieder so. Das hätte er noch nie gemacht. Der ist doch jeden Tag im Wald. Tim, es gibt die Theorie, dass du das schon mal gemacht hast. Ich kann es ganz schlecht einschätzen. Spaß so auf einen Baum geworfen oder so. Wer in Deutschland läuft durch den Wald und wirft die Axt hier so. In so ein Ziel rein. Das hier gibt es noch richtige Leap. Ja, ich weiß, ich habe es schon mal gesehen. Aber ich habe das ja nie so bewusst irgendwie gemacht. Deswegen kann ich es schlecht einschätzen. So right here, I can have two of you throwing you. So I'll open up one on either side, so all of us can throw it at the same time. But there can only be two people in this area, while somebody is throwing you, right? Outside of this line or the red line. One. Blue dots are worth eight. Those are posted all along the lanes here. So you can see. Why you want to keep score if after a little bit, when you get the hang of it, I can show you some games and competition if you like. Bullseye is not the best. No, Bullseye is not the best. That's the kill shot. Yeah, yeah, yeah. Second best is the Bullseye. Yeah. Soweit alles verstanden bisher? Ja. In der Theorie, ja. 3 YAY ? 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 Michi, hey! Samma! Und da deine Karriere ja, deine Bodybuilding-Karriere ja beendet ist, wirst du nicht, wie es weitergeht. Daran gekratzt. Hast du eine drauf? Damit die schöne Zeitlupe funktioniert. Ja, ich bin bereit. Schönen Sie das? Ja. Wenn du bereit bist, gut! Gut für ein 4! Gut für ein 4! 4-4! Gut für ein 2! Gut für ein 3! Gut für ein 3! Ist das ein 3 oder ein 2? Gut für ein 2! Es ist ein 2! Der Winner! Michi! Im versus Michi! Hit! 3! 3! 4! Oh, ja! Fullside! Tim ist wieder raus! Die Bahn, auf der Michi geübt hat. Also muss man ja... Daran liegt's! Raus! 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 Läuft, Michi! Läuft, läuft! Ahhh! Es ist ein 4-Winner! Da hab ich's! Du bist so bum bum! Da hab ich auch schon bum bum bum. Michi, auf wen setzt du? Wer macht was zu nennen? David, glaube ich. Die 8. Aber die 8 ist unmöglich fast. Nicht mehr Sets. 4, 3. Auch geil, dass du hier Bier angeboten kriegst. Das sind gute Kombinationen. Alkohol und extra. 10. Oh mein Gott! Also zum Verständnis für die Leute, dass die höchste Punktzahl jemand erreichen kann. Das gibt's doch gar nicht, ey. Miki! Da wird sich dazu erklärt, dass das aufsichtbar, ne? Das war geil. Ich zieh mich jetzt aus dem Achssport auch wieder zurück. Ich habe das. Ja, das ist wie das, wie es ist, an der Schmerz des Schmerz der Schmerz, ich werde zwei Röhe für jeden. Ihr könnt euch alle um ein und ein, und zwei durch die Schmerz. Wenn ihr eine Schmerz auf dem Schmerz auf den Schmerz auf dem, dann ich darf es auf. First person to go all the way through their board and mark them off wins. Does that make sense? Kind of like darts. Kind of like darts. Yeah? One for each? To eliminate all of them. All of those. But not in order. First person and you're going to throw twice. So throw on this target and then that target. So you get two throws. Good for a three. Maybe a four. Good for a three. Good for a three. Good for another three. Your threes are gone, baby. No more three. Good for a four. Another four. Four's are gone. Let's get the sixes gone. You have to get all of them. Yeah, you have to get them away. Yeah. Good for a three. Three's gone. Three's gone. You guys are consistent. You're consistent. Really? Did you really count on the three? Or did you put them on the three? No. 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 Four. Four? Oh! Wow! It's good for a two though. Good for a two. It's a three. Thank you. Also a four. David. It's a four. No more threes. No more threes. No more threes. Yes. Okay, okay. Ah, that's a three. Ah, ah, that's a three. Okay, okay. That's a four. Yeah, that's a four. Also a four. Yeah, but you have to look at them. You have to go. I want to look. 1, 2, 3, 6, and 8. One, two, two, three. Six, eight. One, two, two, three. One, two, three. Das ist schon mal gut, Reih. Eigentlich schlechter, aber besser. Er ist leading, right? Ja. Erster Platz, Michi, halt die Führung, halt die Führung. Aktuell letzter Platz, du musst aufholen. Michi führt. Wenn man mit Absicht schlecht werfen will, funktioniert es nicht. Schlecht werfen ist es ja nicht, du musst ja gezielt treffen. Ich wollte ja gezielt eine Eins hier. Noch immer führend, Michi the Box from Austria. Ichi, du machst die Österreicher stolz. Das hat ein Ohr da. Hör mal auf mit deinem Gelaber. Das wird nicht so. Das ist ein Fassel in der Hand. Hey! 2, yeah. One of your 2's gone. Tim, wir brauchen den Sieg in Deutschland. Ja! Das liegt mein Zeug hier. Oh! Oh! It's fake. You got your 1's gone now. You got your 1's. Almost. 3! I hate the 1's. I didn't take it off. I didn't take it off. Oh! Die deutsche Wunderhand hat nach dem furiosen Start stark nachgelassen. Aber was? Michi, ich gönne es dir, aber ich hätte den Sieg gerne in Deutschland. Ich hab gesagt, am Ende werden die Toten gezählt. Oh! It's a 2! Jawoll! 2, 6 oder 8. Gleichstand mit Budesheim. Good for it. 2, maybe a 3. Robert hat es gelegen. Ich will den 8er wegkriegen. Damit hofft man, baut weiterhin ab. Austria is leading. 6 oder 8. Ah! Almost! Komm Michi, 6 oder 8. 6 oder 8. 6 oder 8. 1, 2, 6 oder 8, Herr Hoffmann. Die deutschen Fans zählen auf dich. Ah, sag das nicht. Das baut so Spannung auf. Ich mag das nicht. 2, 4. Zack. Auf! Ah! Deutschland holt wieder auf. Budesheim versus the Box. Deutsche Wunderhand. Nach wie vor am Schwächeln. Ich komme mit dem Druck nicht dran. Also nix ging da. Hat es geflutscht, aber... David, 1, 2, 6 oder 8. Auch hier ist es. Oh shit. 2, 2... Ja. Just barely. Ich glaube, der Vorsprung hier bedeutet ja nicht viel, ne? Kann man ja noch gleich aufholen, aber es ist möglich. Sechs oder acht, Tim? Sechs oder acht? Ah! Again, right above it! Knapp daneben, der Michi wollte die acht machen. Eins, zwei, sechs, sechs, acht. Die deutsche Hoffnung liegt in deiner Hand, Tim. Ja, ja, hau mich auf. Mach da drinnen. Wir brauchen den Sieg. Na, Scheiße. Ich weiß nicht, das sieht aus wie ein vier für mich. Oh nein, das ist ein sechs! Ja, das ist ein sechs! Wir sprechen! Es geht! Es geht! Es geht! Es geht! Ja, ja! Hör mal! Geilt den Achter rein, ey! Wahnsinn! Richtig cool! Am Ende werden die Toten gezählt. Hast du recht gehabt, hast du recht gehabt. David, zweiter Platz auch noch Deutschland. Weißt du? Aufholen. Alles ist noch möglich. Six! Ey! Six! Boah! Der David ist ja auch jetzt gefährlich. Ja, ja. Was ist los? Das ist das Finish. So gut angefangen, jetzt da hinten raus? Das Finish. Wie schwächer ist sie? Ja, ja. Noch ist alles drin, Michi. Ey! Eins. Die Wunderhand kämpft sich zurück. Ich hatte ja eben eine 2. Hä? Ich hatte ja eben eine 2. Das haben wir ja gar nicht mehr gemacht. Zwei hattest du und jetzt eins auch. Oh, Michi, Michi, Michi. Wir machen jetzt folgendes. Kommt beide zu? Nee. Jeder hat jetzt noch. Also wir machen noch zwei Runden und danach gehen die Punkte nach dem Stand da an Platz 2 und 3. Okay? Okay. Also jetzt zählt's. Noch ist Hoffmann in Führung. Der erste von vier verbleibenden Würfen. Michi aktuell auf Platz 3. Ah! Letzte Chance. Ja, aber ich muss einen 8er treffen. Dann muss ich 6 oder 8 treffen. Michi derzeit auf Platz 3. Hoffmann auf Platz 3. Der dritte von vier Würfen. Ah! Letzte Chance. Platz 3 geht an Österreich. Der dritte Platz geht an Deutschland. Okay. For the Bad Axe Throwing Dallas Tournament of Champions, we have first place, second place, and third place bringing up the rear. Gentlemen, thank you for coming. It was a pleasure to meet all of you. I hope you guys had a good time here in Bad Axe Throwing Dallas. Woran hat ich gelegen? Uff, es war mit Sicherheit der Druck und die Nervosität. Was? Du hast so gut ins Rennen gestartet. Hörst du alle weg, aber dann bist du nicht. War der Druck wirklich zu hoch? Wenn du diese eine Zahl treffen musst und dich auf die einstößt und willst genau die treffen, dann funktioniert es nicht, glaube ich. Du musst einen Lauf haben, das musst du mit so Leichtigkeit gehen. Aber es war richtig cool. War eine Überraschung. Hat gepasst. Danke Matze Busse. Danke Rapmon, danke ESN, danke liebe Fans. Sonnenbrille. Ich dachte du verkackst es komplett, aber lass uns dann doch noch raus. Ohne dein Gelaber hättest du locker geworden. Also wenn es mit der Bodybuilding-Karriere nichts wird, gehen wir zu den Lumberjacks. Kennen sie die noch? Von früher so diese Holzfällerbeine. Also man muss ja schon sagen, Tim hat ja Max auch weggepfeffert. Ich weiß nicht mehr wie die Disziplin hängt. Da haben wir dieses Stil Lumberjack so eine Disziplin gemacht. Also jetzt hiermit auch, also Tim. Können wir gerne mit mir mal machen wieder. Ich habe einen, der macht das in der Nähe. Und klopfst hier zwischen die Beine, aber mit einer Axt, die wirklich messerscharf ist. Und das ist erstmal cooles Gefühl, du klopfst hier da so weit neben dem Fuß. Ja. Total. Ja. 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 ich habe gedacht ich konnte so aus der nummer aus der erste komplette tag neigt sich dem ende 21.04 ortszeit viel erledigt heute die diverse wallfahrtsstätten besucht trainiert gegessen extra rumgeschmissen die richtige männer spende geleistet gegen für den kampf gegen kommunismus kann man jetzt ins bett gehen denke ich doch oder schneiden oder videos schneiden danke fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen ihr könnt projekte wie dieses supporten indem ihr bei sm.com kräftig spart mit den codes box richtig biox beef oder hoff wie hoff kriegt ihr die besten preise besten produkte und supported content wie diesen so sieht es aus also danke gute nacht guten pump und bis zum nächsten video heute ist der day after gestern dann hast du diese lampe wieder an die mich jünger macht ja und die leute haben bis jetzt den fantastischen ausflug gesehen und die abmoderation und dann gibt es jetzt in diesen an diesem neuen noch nicht ganz sonnigen tag im wunderschönen dallas weiter wie ist die frage mit bodybuilding content training eisen baller pumpen genau destination gym oder machen die wasser in freien sind die zwei bleiben hier in freien müssen wir gehen pumpen möchtest du dich vielleicht an dieser stelle ich muss ja das ist noch ein bisschen ich bin euch die posten es mitte mitte 2002 ja es tut mir leid ich buste mich gleich doppelt okay möchte du dich vielleicht an dieser stelle für das feedback schon mal bedanken ich habe noch ein tolles feedback gelesen wenn ich ehrlich bin mensch mich wie gefällt es dir denn bisher ja richtig cool gestern metroflex war natürlich legendär aber heute schauen wir uns was vollkommen konträr ist das destination dallas wer die video report damals mit us verfolgt hat die haben auch diese prime geräte das damals in den gym in boston gegeben hat und auf die freue mich schon ganz besonders weil das geräte sind die man bei uns in europa nirgendwo findet und ich habe persönlich noch nie das vergnügen gehabt an denen zu trainieren deshalb freue ich mich da riesig drauf und es ist gleichzeitig auch so dieses gasp headquarter wo halt branch und und johnny und martin fitzwart und so auch regelmäßig trainieren also schauen wir mal ob man da vielleicht auch jemanden antreffen der beweis doppelt geboostert ich würde ich würde übrigens pampro empfehlen dann gibt es auch noch ein paar pro hinterher was ich aber auch ganz geil findest pampro jetzt habe ich leider schon drin aber wenn du packen kann problem ist und dann den crank focus dazu gemacht das finde ich auch ganz geil muss ich sagen weil das ist wirklich so machen hier kann es wirklich so ein fokus produkt und dass du so stimmungs auf also stimulant sind drin hast was jetzt in den normalen kriegen ja da finden muss ja ich weiß das studio sind dann da ich sagst die attacken hier war eine halbe stunde ja so trinkt nur stück hier auch nicht die bahn new yorker kennzeichen haben wir jetzt aufgefallen aber ich muss irgendwas sagen wenn kameran ist gmc steht für weiß ich gar nicht general motors company ja oder cars wenn der man den bruder haben sieht guckt er nur in sein handy rein ich habe gerade meinen follower mitgeteilt wo wir hier sind hast du jetzt besser mal dich auch im olympia vorbeite nicht jetzt nur urlaubsreisen machen ja machen ich esse lieber burger ne würstchen double double bei five guys ich habe übrigens immer nämlich schon 16 stück gegessen seitdem wir hier sind ne burgers auf kamera aber ich habe ein geheimrezept ich stehe trotzdem in form auf der bühne trotz double double trotz double double dass andere gj zusammen ja af d è Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir waren in Wilson, oder? Ja, ja, ja. Wann hast du wieder trainiert? Wann hast du wieder competed? Ich weiß noch nicht. Ja, ja, ja. Ich weiß noch nicht. Wir waren zusammen in New York. Ich weiß noch nicht. Ja, 2018. Ja, 2018. Ja, ja, ja. Es ist ein paar Jahre, Mann. Ja. Es ist ein paar Jahre. Ja? Ja, ja. Hast du competed since then? Ja. Ja? Ja? Last time I competed was in August, last year. Okay. Aber ich competed in the open. Ja, ich habe das gesehen. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe gesagt, ja, ja, ich habe das gesehen. Du hast die open. Ja, ja, ja. Wie fühlst du das? Das war cool. Ja. Ja, kein Wettbewerb. Ja. Ich mag den Blick besser. Das ist mein Problem, auch. Ja, wie in der Mitte, oder? Ja. Ja, ich bin in der Mitte. Es ist zu klein für die open und zu groß für... Ja, weil wenn ich nach dem Wettbewerb für den Klassik komme, ich immer meine Leger lose, Mann. Ja. Ich immer lose meine Leger. Also, diese Zeit, ich habe Pittsburgh in zwei Wochen. Ja, ich werde etwas Neues probieren. Ich werde es tun, ob es funktioniert. Ich denke, es wird funktioniert. Und wenn es funktioniert, es wird das beste Schritt, die meine Leger auf der Ebene gezeigt haben. Ja. Und dann gehe ich in New York wieder. Okay. Two Wochen später. Mr. Johnny Jackson. Was passiert? Was passiert? How are you? Ich bin gut. Wie geht's? Ich bin gut. Ich bin da, ich bin da morgen. Okay, ich bin da morgen. Ja, ich trainier es um 10 Uhr. Okay. Ja, ich bin da. Oh, cool. Ich bin da. 10 Uhr oder 11 Uhr. Ja. Cool. Was trainierst du morgen? Back ist morgen. Back ist morgen. Okay. Back ist heute und morgen ist lag. Ja, ich bin auf die Schulze. Okay. Du noch mit dem Wettbewerb? Von Zeit zu Zeit? Ja, Zeit zu Zeit. Wenn wir können. Ja, ich bin so busy jetzt mit dem Wettbewerb. Mit dem Wettbewerb. Und all diese Sachen. Wie geht's? Erster Eindruck? Richtig gut. Sehr, 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 sehr gastfreundlich. Gefällt mir gut. Also, equipment habe ich jetzt noch nicht beruhtachtet. Ich muss auch zugeben, ich habe das so mitbekommen, dass es das gibt, aber ich war nicht so wirklich jetzt so dahinter. Hinter dem Studio oder unter dem Prime-Sach? Hinter dem Studio hier. Ach so, ne? Ich habe das mitbekommen, dass bei GASPS öfter Fotos aufgetaucht sind, aber habe mich nicht eingehend damit beschäftigt. Aber bis jetzt echt richtig top. Sehr, 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 sehr freundlich. Ja, they do it all like, you know, in vitro. Okay, oh, okay, okay. Das ist ja, das ist ja episch hier. Also, ich bin komplett geflasht. Also, wenn Metroflex gestern geil war, was legendär betrifft, ist das hier der neue Standard. Was Equipment, aber auch die Gastfreundschaft und die Offenheit betrifft. Also, das ist ja ein Wahnsinn. Ich bin komplett überwältigt. Also, da geht man als Bodybuilding-Fan direkt das Herz auf. Also, Johnny Jackson unterbricht einfach sein Training, um uns zu begrüßen. Das mir persönlich auch schon unangenehm ist, dass der da sein Training unterbricht und zu uns kommt und sich die Zeit nimmt, mit uns zu sprechen. Also, ich bin richtig geflasht. Also, ich hoffe, du schaffst es, irgendwie diese Eindrücke aufs Bild zu bannen, dass die Leute nur annähernd das miterleben dürfen, was wir da jetzt erleben dürfen. Also, vielen, vielen Dank an Rep1, dass ihr das möglich gemacht habt. Das ist, boah. Ehrenhaft. Also, ich hoffe, man merkt, mir geht das Herz auf. Das ist so viel Liebe für den Sport und das ist einfach Bodybuilding in Rheinkultur. Also, mir fehlen echt momentan fast die Worte ein bisschen. Wir können den Zuschauern kurz die Besonderheit von diesen Prime-Geräten erklären. Ich habe hier einen Hebel, wo ich die Lastkurve des Bewegungsablaufes verstellen kann. Das heißt, hier auf Position 2 wird das Gewicht in der kontrahierten Position unten schwerer. Das heißt, es ist oben leicht und wird unten schwerer. Das sollte man zu Beginn des Trainings machen, weil man zu Beginn des Trainings in der verkürzten, in der kontrahierten Position am stärksten ist. Und dann, wenn man in der Position ermüdet ist, kann man den Hebel umstellen. Und jetzt ist es in der gedehnten Position schwer und wird dann in der kontrahierten Position leichter. So kann man das Training so gestalten, dass man die Lastkurve ideal an die Kraftkurve anpasst. Und halt auch ideal an den perfekten Zeitpunkt des Trainings anpasst. Und dann, wenn man die Zeitpunkt des Trainings anpasst ist, kann man die Lastkurve anpasst. Und dann, wenn man die Zeitpunkt des Trainings anpasst ist, kann man die Zeitpunkt des Trainings anpasst. Ich darf noch mal mehr oder hier zu absorbieren. Ja, gefällt mir auf Anhieb sehr gut. Wenn man hier reinkommt, dann läuft Pantera, dann weiß man schon, hier ist man richtig. Aber wir haben ja noch einen Schmankhalt für euch und für die Zuschauer. Gymtechnisch. Ja, das lässt mich gerne überraschen. So this rebound for the Arnold was extreme. So I got up to 250. This one I started at 250. But typically I start at 237 and come down to 222. This one I started at 250 and gotta come down. But I like the rebound was really beneficial and I put on a lot of muscle. A lot of muscle and it wasn't water, it wasn't fat, which is making prep a little different now and a little bit more difficult. But I think overall it's gonna be a better look for me because of the muscle I put on. so 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 Das war's. Yes! Ich habe ihn vorhin gefragt, du kennst Urs Kaliczynski? Ja, ich weiß, er hat mich verletzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, oh. Das war's für heute. BAM! Ja, komm! Da kommt er hier rein! Spreng den Gürtel mit dem Latt, komm! Bis in die Hüfte runter, schieb runter die Schulter, runter, 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 ja gut! Gut! Sehr schön, komm! Mehr Latt, komm! Stell dir das vor! Ja, 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 ja! Sehr schön, komm! Denk an die Hütter, die alle sagen, ich habe keinen Rücken! Geht schon, komm! Und schieb rein! Rein, 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 rein! Squeeze in die Übung rein! Und runter, ja gut! Sehr schön! Und hier rein, komm, 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 komm! Und drive, 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 komm! Komm, und squeeze! Ja, lass ihn schön wieder ausruttert! Ja, so! Genau! Und runter wieder, komm! Ja, lass das Schulterblatt gar nicht aus, lass es um, lass es um, lass es um! Und jetzt schieb wieder runter, komm! Ja, schön! Ja, schwerer, komm! Easy, komm! Weg, weg! Come on! Und zieh rein! Und squeeze! Ja, gut! Sehr schön! Geht schon, Tim! Geht schon, Tim! Kannst du dir, ich bin müde! Ja, du musst dich holen, du arbeitest rein! Komm jetzt! Komm jetzt! Da rein, komm! Konzentration, keine Schmerzen, komm! Ja, kannst du auch hier gehen mit dem Finger, komm jetzt! Ja, schön! Komm, und drehen, und aus die Rotation, mal schieb runter! Und kannst du auch hier gehen mit dem Finger, komm! Ja, runter wird der Schulter, ja! Wie ein Kind im Spielzeugladen! Du weißt gar nicht, für was du dir entscheiden sollst, oder? Ja, so, ja! Komm! Zieh jetzt, komm! Ja! Komm, 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 komm! Oh, jawohl! Komm steh' die E-Foogl unter! Ja! Nein, die E-Foogl nikk ich nicht! Nikk ich, nikk ich nicht! Ja, gut! Ich mach mal die Hüfte pur dagegen! Die Hüfte! So, ja, genau! Willst du wegschieben? Ich steh' da vor, du ziehst du einen Lastbrett auf! Ja, jetzt ist's gut! Jetzt ist's gut, komm! Lastbrett, stell dir den Lastbrett vor! Zieh den Lastbrett auf! Ja, gut. Sehr schön. Hier. Middle back. Come on. Last breath. Zieg ihm auf. Ja. Stell dir den Tannenbaum vor. Stell dir die Einschnitte vor. Die Fasern. Komm jetzt. Denk die rein. Ja. Komm. Gut schau. Zieg den Last breath auf. Und zap. Und jetzt denk an die Federn. Ja, gut. Gut schau. Crispy screen. Und kann auch hier rein. Ja, gut. Sehr schön. Ja, gut. Komm. Kommt er hier mit den Fingen weg. Ja, komm. Das Fazit habe ich für mich gezogen, wie wir da reingegangen sind. Also, da habe ich gar nicht viel trainieren müssen. War ich mir da eigentlich schon sicher, an was für einer Art wir da sind. Also, auch generell, wie das Equipment zusammengestellt ist. Sichtbar wieder. Das ist ein Studio. Das ist zu 100% auf Training ausgelegt. Ja. Also, da ist nichts Schnickschnack oder so. Also, ähnlich wie beim Metroflex. Da ist es halt, glaube ich, anderen Umständen geschuldet. Aber es gibt keine Garderoben, keine Duschen. Also, im WC ist draußen ein Dixi-Klo. Und es beschwert sich aber irgendwie keiner. Jeder trainiert. Es taugt jedem. Und es geht jedem so ums Training. Also, das finde ich richtig cool. Auch jetzt zum Beispiel. Jeder stellt einfach seinen Rucksack und seine Wertsachen. Daher niemand versperrt irgendwas. Und keiner hat jetzt Angst, dass jetzt irgendwas verschwindet. Ich habe mein Handy da. Also, ich kenne da niemanden und habe mein Handy da oben liegen. Da vorne steht mein Rucksack mit meinem Geldbeersel. Und ich denke, keine einzige Minuten dran, dass da irgendwas verschwinden könnte. Ich denke, im Grunde genommen ist es ja ein Marketing-Ding. Eigentlich. Aber es ist halt trotzdem richtig geil gemacht. Und man merkt, dass die Leute, also man sieht es ja auch hier, es geht ja um verkaufen und uns Geld verdienen. Wie gesagt, um Branding. Aber es ist halt so geil gemacht. Und man merkt, dass die Leute dahinter alle Bock da drauf haben und wirklich vom Fach sind. Empfangen, habe ich schon mal gesagt. Sehr, sehr freundlich, professionell entgegenkommt. Und dafür, dass es so neu ist und eigentlich halt keine wirklich, ja, keinen echten Spirit hat, ist halt echt ein guter, ja, eine gute Atmosphäre so in der Luft. Weil viele Leute ernsthaft trainieren. Da üben welche Posing im Kursraum und so weiter. Und habe auch schon ein paar Wettkampfathleten natürlich getroffen. Manche, die ich persönlich kenne. Und das ist halt einfach eine geile Atmosphäre. Ich bin echt, also positiv überrascht. Ich habe schon. Erfolgreiches Shoppinghausbeutel am Training. Aber das war ganz gezielt. Converse Schuhe wollte ich kaufen. Converse bin ich rein. Direkt das erste Paar gesehen, direkt gekauft. Zeig mal her. Eigentlich wohl nicht ganz normal, weißt du? Ist das doch frisch, ist das doch kühl. Und dann sind wir die direkt ins Auge. Ich hab die in schwarz gesehen, aber ich war mir nicht das wie meine Größe. Die sind cool. Vor allem was ich mag. Ich mag das, wenn ich so ein bisschen locker bin und zum reinschlupfen. Und in die kommt man richtig gut rein. Also ich hab was ganz was episches gefunden. Und zwar, wer von euch erinnert sich noch an den Turboman? Ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wirklich? Versprochen ist versprochen mit dem Arnold Schwarzenegger. Achso, ne der war nicht. Den hab ich in den Filmen noch nie geguckt. Richtig, richtig gut. Also von so einem Mann? Habe ich nicht gekauft, bevor ich mich umbracht hätte, wenn ich die Figur jetzt gekauft hätte. Aber ich hab so ein Faible für so alte Spielsachen. Aber wie ist der? Der wäre grundsätzlich für mich, ja selbstverständlich. Aber du hast ihn nicht gekauft? Nein, ich hab ihn nicht gekauft. Warum nicht? Ja, ich hab jetzt eh so viele He-Man Figuren. Ähm, und ja, das ist ja jetzt nicht was das man braucht. Und ich hab's in erster Linie aus Angst vor meiner Frau nicht gekauft. Wenn ich's müsste, ehrlich. Was halt mein großes Problem ist. Ich hab halt echt eine Hose gefunden bei Under Armour, die mir echt gut gefallen hat. Nur ich hab mittlerweile 8 Kilo weniger wie Pick Off Season. Und dann bin ich immer so unschlüssig, okay, die passert jetzt vielleicht gut, ja. Aber dann so mit so 4, 5 Kilo mehr schon wieder nicht, gell. Und jeder, der halt so Bodybuilder ist und Wettkämpfe macht, kennt das. Hast du das auch so, Tim, dass du jetzt so Off Season gewarnt hast und so Prep gewarnt, dass du immer wechselst? Bei normalen Kleidungen schon teilweise, ja. Anzüge zum Beispiel, hab ich immer auf Diät und Off Season. Möchtest du noch einen Programmpunkt haben? Ich bin geistig voll auf den Weg dem Morgen fokussiert. Also ich hab schon... Du brauchst ein bisschen Ruhe heute. Also ich hab so eine Mischung aus Vorfreude und Angst. Kotz. Kotz? Kotz, ja. Ich hab mir noch nie geschafft. Biene. Aber dafür ist es schon wenig. Ihr könnt euch doch mal komplett morgen zerlegen und zerstören. Ja, ich hab mich schon oft zerlegt, aber... Letztes Mal gekotzt. Das ist schön ein Bäuerchen. Letztes Mal gekotzt hab ich... Auf dem Parkplatz bei Auffallschritten. Aber morgen müssen wir uns schon so episch zerlegen. Also so, dass unsere Kinder in 20 Jahren... Über diesen Lektar reden. Mach das ja gern, aber du bist ja eher von der Fraktion, nein, lieber sauberer und nein, das reicht für mich. Ja, aber man kann sich ja auch sauber zerlegen. Also morgen komplett zerstören einfach. Ja. Kann sich ja sauber zerlegen, aber dann... Nix mit hier, das reicht für mich und das nicht und das nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass... Ja, aber man muss ja nicht Schlauenpick trainieren deswegen. Nein, nein, das nicht. Aber auch nicht aufhören vorher. Aber hier war drauf, morgen wird sich zerlegt. Okay, okay. Bodybuilders. Hey. Where are you guys from? From Germany. Austria. Where are you from? England. England, yeah. Nice to meet you. England has a very big bodybuilding community. Bodybuilding is very famous in England. Yeah. Where are you from from England? East Midlands. It's like a countryside. Okay, I'll search you guys out. Thank you. Aber eins fällt mir schon auf, hier ist sehr sehr viel positive Anerkennung, wenn man jetzt muskulöser ist. Ja, also die Leute sprechen offen an, ja, aber in einem sehr positiven Kontext. Ja, also nie, ich hätte da jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass da irgendwer abfällig schaut oder so. Also das ist sehr, sehr anerkennend, also das ist... Auch mit der Begeisterung und... Ja, ja. Würde mich sehr sehr wohl fühlen hier in Texas. Also gefällt mir schon. Deutschland hat immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen so immer so, ne? Bisschen, ja. Ich meine, ich finde, unsere Bodybuilding Community in so Österreich, Deutschland, deutschsprachiger Raum, taut jetzt echt auf. Also ich habe zumindest so das Gefühl, je mehr Social Media wächst, ja, und je mehr breite Masse auch ein bisschen Einblick in den Sport hat, ja. Was wir auch wirklich machen und was da auch wirklich an Arbeit dahinter steckt, ja, wächst auch ein bisschen mehr die Anerkennung für die sportliche Leistung. So früher, vor 10 Jahren oder so, hat halt jeder gewusst, okay, ja, der Michi, der ist halt Bodybuilder und der tut halt ein bisschen trainieren und Gewichte heben, aber keiner hat so wirklich gewusst, okay, was steckt da für Arbeit dahinter. Und jetzt schauen halt wirklich auch viele Leute die Videos und setzen sich auch mehr mit der Thematik auseinander. Und deswegen steigt auch ein bisschen die Anerkennung für die Leistung, weil die Leute auch wirklich sehen, was halt da echt dahinter steckt. Ich muss ja mal ganz klar sagen, gestern war mal Essen, da habe ich als Bodybuilder meine eigene Tupperdose rausgeholt und da kam der Kellner und hat gesagt, ah, du bist ein Bodybuilder, cool, soll ich es dir warm machen, so. Das passiert in Deutschland nicht so schnell. Dann raus, sagen die in Deutschland. Dein Essen weg. David. Hier auch nicht so. Hier auch ein wenig. Wir würden jetzt ganz gerne den Shopping-Teil hier beenden. Wir haben unsere Sachen alle durch. Könntest du dir jetzt die Unterwäsche zeigen für die Community? Nein. Warum nicht? Das ist ein Team. Aber dann Sascha habe ich gekauft die ganze Zeit. Du bist ein A-Team-Team. Wir können doch mit der Community teilen, welche Unterwäsche du gekauft hast. Warum müssen wir denn jetzt schon wieder heimfahren überhaupt? Was ist das mal thematisieren? Ich muss nicht. Er will immer nur spielen. Weil er wieder kein Essen dabei hat. Nein, das stimmt gar nicht. Weil wir fertig sind. Ganz einfach. Ich kann auch noch warten. Ich würde aber eh nochmal hier hinkommen. Ja. Also hier ist viel. Ja. Hinten bei Puma ist echt geil. Hier bei Puma habe ich gekauft. Auch der Metall, ja? Niki. Kennst du Niki? Ich habe noch nichts für meine Tochter. Und dann zu Walmart ich muss. Zeigst du es dann die Unterwäsche? Hm? Zeigst du es dann die Unterwäsche? Ich weiß nicht, wie schärfisch es mir schon vorkam, da die ganze Zeit in der Frauenwäsche rumzuhören. Guck mal, der perverse Spannereide. Also, folgendes. Wir haben uns ja vorhin schon einmal über das bevorstehende morgige Training im Metro-Plex-Schirm unterhalten, korrekt? Ja, korrekt. Und wir waren uns ja einig, dass ihr euch komplett zerlegt und im Idealfall auf die Straße kotz. Euch übergibt. Richtig? Nicht korrekt. Warum nicht? Man kotzt mal keine Rede. Zerlegen ja, also kotzt nicht. Im Idealfall. Im Idealfall. Das ist DEIN Idealfall. Jetzt weißt du mal, wie es mir gerne geht hier mit ihm. Das ist das Idealszenario des Content Creators, nicht des Athleten. Weil es gibt eine kleine Ergänzung. Wir haben unerwarteterweise eine Nachricht bekommen. Mit einem Vorschlag. Unter einem Kommentar, oder? Der Original Metro-Plex-Gym schreibt. Würde es euch gerne, für Brian Dobbs zu trainieren? Mit Brian trainieren? Er trainiert euch. Er trainiert uns. Ja. 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 Beantwortet das mal korrekt? Machen wir. Sind dabei? Nein, auch nicht. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Machen wir, oder? Ja. Good old chicken. Like that. Ich glaube, das wird spannend. Aber du machst mit, ne? Du musst beide voll durchziehen. Alle Wiederholungen? Mhm. Okay, okay. Geht euch die Hand drauf. Ne? Aufgeben ist keine Option und so. So ist es. Bis zum bitteren Schluss. Nach Hause mit mir auch gut genährt sind dann. Und ausgeschlafen sind. Aber der ist zweimal angegeben. 7 oder so. Auf jeden Fall gibt es Reis. Good old turkey. Dill pickles. Pickles. Esbergsalat. Und das hier kann ich echt empfehlen. More Spices. Knobi. Delicious. Ja. Und ein bisschen den hier ist auch geil. Ein bisschen recht. Der ist echt bombe, ja. Wollte ich mir noch nicht bestellen, war aber ausgekauft. So. Wahrscheinlich, weil er so gut ist. Michi sein Omelette. Sieht schon echt gut aus, muss man sagen. Omelette mit Spinat, also. Ich bin direkt Spinat gekauft. Habe ich kurz angemacht. Okay, ist das doch, oder? Dass wir da die ganze Zeit essen. Okay, ja. Von der Ankunftsfach, oder wie? Nee. Kauft noch. Boah, da. Zack. Okay. Ich mache jetzt noch ein bisschen Eiweiß. Du machst noch Eiweiß? Weil Protein. Designer Weil von ESM, Code Hoff. Aktuell. Teil bezahlen. Ja. Die Vierte gratis bekommen mit Code Hoff auf ESM.com. Entspricht bei mir. 25 Prozent sind das. Genau. Empfehlung. Ich könnte sogar mixen. Besten ist natürlich das hier, aber ich habe schlecht gewirtschaftet. Lass ich aber trotzdem für Werbezwecke noch hier rumstehen. Und äh... Also ich muss sagen, das ist das aller 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 beste mit. Normaler Vanille oder was? Vanillamilk. Ja, das ist gut. Das stimmt. Himm starker. Ich habe noch gar nicht geschaut, was da bei Michi in der Value-Ecke steht. Wird ja hier streng getrennt. Bis auf den Reispurlin. Milch und Chocolate kannst du da mit reinmischen. Wie finde ich? Milch und Chocolate. Na, jetzt habe ich schon genug. Ich bin heute wie im Diät-Modus unterwegs. Mmmmm. Das war ordentlich geworden. Just the right amount. Ja. 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 Ja.